Wir wurden zu einem brandlandwirtschaftliches Anwesen alarmiert und zwar um 21.54 Uhr und bei der Anfahrt stand das Gebäude schon voll Brand. Die ersten Schritte waren die Abschirmung über Riegelstellung der benachbarten Gebäudeteile. Das ist zum einen eine Maschinenhalle und zum anderen ein Jungviehstall, wo wir auch halten konnten, wo jetzt auch noch weiterhin stehen. Die Tiere wurden schon von den umliegenden Bewohnern weggetrieben vom Feuer. Das Feuer war so weit in der Ausbreitung, dass wir keinen Zugang mehr zu den Stallungen gehabt haben. Somit konnten wir gleich einen Löschangriff begründen und es war einfach nicht mehr möglich einen Angriff oder irgendwelche Tiere zu retten.